Ja, willkommen zurück. Let's play Minecraft. Wir sind immer noch der Höhlenforscher Robinson Crusoe. Ich will den Stein einbauen. Alter Finne, was wir hier alles finden. Ist ja unfassbar. Die Höhle ist so groß. Ist das Diamant? Nein. Vielleicht können wir ja daraus Diamant bauen. Das weiß ich ja gar nicht. Ich kenne mich ja da nicht aus. Da geht es auch weiter. Um Gottes Willen. Ich gehe aber erstmal nochmal zurück, weil dahinten waren ja auch nochmal einen Weg. Hier geht es auch weiter. Wo geht es denn hier hin? Meine Güte, geht es aber weiter. Weiter, weiter. Und ich bin heiter. Heiter bis wolkig. Wir haben mal versucht, die Lava abzuschalten. Vielleicht geht das. Ja, mal gucken. Und dann fällt uns die nicht in den Rücken. Ein netter Rücken kann auch entzücken. Die Quelle haben wir eigentlich vernichtet, aber die ist immer noch da. Aber jetzt geht es ja weg, ne? Na, wirst du weggehen? Wirst du weggehen? Wie gehst du weggehen? Wie gehst du weggehen? Gehst du weg? Sehr schön. Du auch. Na, gehst du weg? Sehr schön. So. Jetzt zwar natürlich stockduster hier, aber ich versuche mal so ein bisschen... ...ein wenig zwischendurch mal Licht ins Dunkle zu bringen, aber... Alter Schwede! Alter Schwede! Wo komme ich hier mal hin? Na, komm her. Da ist Gold. Alter, da ist jede Menge Gold. Aber irgendwie... Boah, das geht immer tiefer rein. Ich finde den Ausgang niemals. Niemals. Ich finde den Ausgang niemals, um hier wieder rauszukommen. Ich will aber erst mal das Gold mal eben schnell saven. So. Ich weiß, ihr seht jetzt wahrscheinlich nicht so viel, weil ich keine Fackel mehr habe. Seid mir da nicht böse drum. Ich würde gerne diese Fackel sparen, die ich habe, um zwischendurch mal... ...zwischendurch mal ein bisschen Licht zu machen. Okay, geht es eh nicht weiter. Müsst ihr halt euren Fernseher heller drehen. Nein, natürlich nicht. Okay. Er ist am Baden und am Planschen. Ja, machst du aber fein. Supi. Finde ich gut von dir. Gibt es übrigens auch... Huch, jetzt habe ich die Fackel liegen lassen. Gibt übrigens auch ein Schwimmbad. Da sollst du vielleicht mal hingehen. Es gibt so eine tolle Funktion, die nennt sich auch Badewanne. Huch. Geh sterben. Geh sterben. So. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Hier sind so viele Wege. Huch, was... Achso, wenn ich da drüber laufe, wird es hell. Ah. Sehr schön. Wo geht es hier hin? Meine Güte. Ich bin verwirrt. Ich bin mega verwirrt. Wo es überall hingeht. Mal eben zubauen, wenn ich da hinkomme. So. Okay, hätte ich auch andersrum laufen können, aber... Da waren wir jetzt... Alter Schwede, wo geht es denn hier mal lang? Was, eine Pilgertour? Wenn ich überlege, wann wir mit dieser Pilgertour angefangen haben, wir sind immer noch unterwegs und... Entdecken hier so viele Sachen. Komm her, du Facke. Ich höre eine Spinne. Ich sehe sie aber noch nicht. Was haben wir denn hier gefunden? Was ist das denn? Holz im Untergrund? Alter, wir haben eine Mine gefunden. Ich werde bekloppt. Wir haben eine Mine gefunden. Alter Schwede. Wir haben eine Mine gefunden. Das Holz werde ich mir abbauen. Oder? Obwohl. Ne. Aber Eisenerz werde ich mir abbauen. Boah, hier oben geht es auch noch. Alter Schwede. Kinders. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber... Was werden wir... Was werden wir in dieser Mine finden? Was werden wir in dieser Mine finden? Und wo geht es hier überhaupt überall hin? Eisenerz habe ich gerade gesehen. Alter Schwede. Ich werde doch diese Mine nie wieder finden. Wenn ich da nochmal rein möchte. Deswegen. Das heißt, wir müssen die Mine so gut es geht erkunden. Das heißt, mit unseren allen möglichen Mitteln... Ich mache mir hier ein Lichtlein hin. Ein Lichtlein. Ein Lichtlein. Hey, wir haben eine Lohre gefunden. Und eine... Ich wollte eigentlich in diese Kiste reingucken. Da war ein Sattel drin. Aha. Ich würde mich sehr freuen, wenn... Alter Schwede. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Mist, ich muss mir unbedingt... Ich muss mir unbedingt Fackeln bauen. Kohle habe ich... Ich habe keine Kohle da, ne? Ich bräuchte Holz. Holz haben wir genug. Holz finden wir hier. Kann ich die... Holz haben wir genug. Weil dann werde ich mir mal eben... ein paar Fackeln bauen. Dazu brauche ich aber eine Werkbank. Die muss ich mir auch noch bauen. Ich weiß, es holt jetzt gerade einfach mal die schöne Mine ab. Die ist echt cool gebaut. Aber... Ich habe sogar eine Brücke gerade gesehen. Weil ich jetzt... Tatsache, hier ist eine Brücke. Ach du heiliger Strohsack. Ach, um Gottes Willen. Ach du, ach du... Ach du Schei... Ach du... Ähm... Ich verlassen gerade die Worte. Ja, da haben wir ja genug zu tun, würde ich sagen. Das ist ja echt... Hey, das ist ja wie ein Sechsheim-Lotto. Lass ich spinnen. Das... 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 Das ist ja wie ein Sechsheim-Lotto. Haben wir nicht noch eine? Ah ne, die haben wir oben im Haus, ne? Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo das Haus wäre. Ähm... Das ist ja echt wie ein Sechsheim-Lotto. Alter Schwede. So, was wollte ich... Ach so, wir wollen Fackeln bauen, ne? Jetzt brauche ich nur eben Kohle. Kohle, 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 Kohle. Wieso nimmt er denn die Dings? Ach. Das Inventar ist schon wieder so voll. Ich werde mich mal von irgendetwas hier ein paar Mal erlösen. Von Sachen, die wir gar nicht brauchen. Hier, Kies kann auch weg. Können wir jetzt die Werkbank wieder mitnehmen. Jetzt müssen wir mal eben schnell Kohle suchen. Eisenerz nehmen wir mit. So. Boah, da oben will ich auf jeden Fall hin. Da will ich auf jeden Fall irgendwie hin. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir eben wie schnell Kohle finden für Licht. Die Frage ist, wie kommen wir da oben hin? Ob es da einen Weg gibt? Anscheinend nicht. Verdammt. Verdammt. Boah, ist das spannend. Ist ja unglaublich. Ich habe, glaube ich, gerade Koh... Hm. Und ich weiß noch nicht, wo wir überall... Ah, hier ist Kohle. Wo wir überall schon gewesen sind. Jede Menge Kohle. Das müssen wir uns irgendwie markieren mal, dass wir wissen, wo wir waren. Alter Schwede. So, jetzt brauche ich nochmal eben kurz schnell die, 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 die Werkbank. Ich hoffe, uns greift jetzt niemand an. Mal eben schnell die Fackeln bauen. Wo waren die Fackeln? Wo waren die Fackeln? Fackeln. Wo waren die Fackeln? Da sind die Fackeln. So. Das reicht erstmal. So. Fünf haule Fackeln. So. Dann gehen wir mal hier lang. Schauen wir mal... Hier geht es auch wieder runter. Aber runter möchte ich nicht. Ach, von hier kamen wir. Von hier sind wir gekommen. Sehr schön. So, gehen wir mal hier gucken. Okay, hier ist auch nichts. Warum ist denn hier grüner Stein? Ist hier vielleicht irgendwo ein Tempel versteckt? Wow. Alter. Wie die da gammeln da oben. Ich werde die alle vernichten da oben. Oh, wie viele das sind. Alter Schwede. Alter Schwede, wie viele... Alter, wie viele das sind da oben. Das gibt es doch gar nicht. Ist das hier so ein... Ach, ich weiß, was es ist. Das ist, glaube ich, so ein Spawn-Dinge, ne? Uah! Die spawnen hier. Aber wie kann man das denn nochmal zerstören? Oh, ich muss ja mal schnell gucken. Wie zerstöre ich denn das nochmal? Wie zerstöre ich denn nochmal diesen Spawn-Ding? Scheiße, wie zerstöre ich das nochmal? Irgendwie konnte man das zerstören. Aber wie? Scheiße. Hey, wir haben Schallplatten? Okay. Verdammt, ich habe so viele Sachen mit. Ich muss mich von irgendwas trennen. Uah! Oh! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg, du stinkst! Ich würde gerne Schallplatten. Was sollen wir denn mit Schallplatten? Hier, den Diamantensattel. Uah! Uah! Geh weg! Geh weg, du stinkst! Geh weg, du stinkst! Geh weg, du stinkst! Trotzdem möchte ich da oben lang. Das heißt, ich muss mal eben ein paar Steine nehmen. Die Scheißspinne ist auch hier. Da ist die Spinne. Hüllenspinne hat einen giftigen Biss. Oh, da müssen wir aufpassen. Oh, 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 oh. Da müssen wir ja aufpassen. Alter Finne. Hallo, mein Freund. Komm doch her, wenn du was willst. Wenn du was willst, komm her zu mir. Das heißt, wir müssen auf die Spinne. Alter, was ist was hier los? Das ist unfassbar. Wo ist die andere Spinne? Ach, hier ist ein Spinnensporn. Au, 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 au. Alter, alter, geh weg! Geh weg, ich bin vergiftet. Scheiße, ich bin vergiftet. Scheiße, ich bin vergiftet. Scheiße, ich bin vergiftet. 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 Scheiße, ich werde so sterben. Ich werde so sterben. Ich werde so sterben. Ich werde so sterben. Nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, nein. Hu, ha, hu, ha, hu, ha, alter. Alter, war das knapp. Alter. Hey, ist eine Truhe? Da, Goldpacken, Goldpacken. Warte mal, ich werde mal irgendwas da drin reinpacken, was ich nicht brauche. Boah, dieses scheiß Goldschauf. Obwohl, warte mal. Können wir behalten. Stickes brauchen wir gerade nicht. Lore behalten wir. Sattel brauchen wir auch nicht. Wir haben den Dings. Aber die Goldbarren würde ich gerne mitnehmen. Brot zum Knuspern. Schiene nehmen wir auch mit. Alter, geil. Und da ist noch eine Lore. Die Lore möchte ich mir gerne mitnehmen. Weil dann haben wir zwei. Davon möchte ich mich gerne erlösen. Mann, nein. Genau. So, jetzt haben wir zwei Lore. Ach, die kann man nicht stapeln. Scheiße. Boah, wir müssen hier so aufpassen, ne? Auf diesen Gift der Spinne. Da unten ist nämlich dieser Spawn der Spinne. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter, war weiter. Ist das spannend gerade. Das ist alles hier so zu entdecken. Wir können übrigens auch die Schienen ja mitnehmen, ne? Weil je mehr Schienen, die wir haben, desto mehr können wir uns dann auch bei uns mal was bauen mit Schienen. Ich würde die Schienen mal mitnehmen. Natürlich, die nehme ich mit. Zack, 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 zack. Je mehr Schienen, desto besser. Aua. Scheiß, bin schon wieder verkriffet. Nein. Ah, geh weg. Geh weg. Geh weg. Alter, wie kommt die mal hin? Scheiß Dreckspinne. Verpiss dich. Wie kommt die mal hin? Ich glaub das nicht. Ich will doch nur die scheiß Schienen mitnehmen. Lass mich doch. Lass mich die Schienen mitnehmen. Ich glaub, ich glaub, sie kommt. Ich glaub, sie kommt. Ich glaub, sie kommt. Ja, sie kommt. Sie kommt. Zwei Stück. Zwei Stück. Zwei Stück. Zwei Stück. Geh weg. Geh weg. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Scheiße. 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 Vergiftet. Scheiße. Ich muss hier unbedingt weg gleich. Ich muss unbedingt weg. was ist das denn hier ist das die das bestimmt wahrscheinlich die fresskammer der spinne ich muss weg hier wahrscheinlich die beutekammer wo wollte ich denn jetzt eigentlich lang laufen ich wollte weiter nach oben kommen und weiter schienen sammeln jetzt auch nach oben alter da finde da ist noch eine kiste kriegt denn die truhe auf ab jetzt ist mir eisenerz egal dann mach die truhe auf ja ja sehr schön brot zum knuspern können wir mal mitnehmen was lasse ich denn hier die scheiß truhe brauche ich nicht brot brauchen wir nicht was haben wir hier nehmen wir noch ist auch noch mit ansonsten nichts besonderes drin ja wo gehen wir weiter ich würde gerne noch ein paar schienen mitnehmen wir haben gerade mal 44 wenn wir echt was bauen wollen mit schienen brauchen wir noch ein paar alter schwede ist das spannend alter schwede ich hätte nie gedacht wir mal eine mine finden und dann noch so eine große gleich hier geht es nicht lang ich wusste gar nicht dass es sogar unterschiedlich spielen gibt da ist was war verziehlich ich baue ja einfach zu dann kannst du nicht hochkommen scheiß dreckspinne was 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 hilfe 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 ich habe angst dass hier mal eine sein kann eine spinne sollen abhauen die sollen ach hier oben wahrscheinlich doch weg alle ich hasse euch scheiß aua ach jetzt mal wieder hier um gottes film nein ich will nach oben die treffen mich gleich wieder ich sehe schon ich will auch nur eure schienen mitnehmen war ich klemme scheiße ich klemm fest total nervös und aufgeregt was hier los ist holt sie eben was ich lasst mich ab midnight lasst mich doch in ruhe lasst mich doch in ruhe oder so spielen oder auch nicht Wo kommen wir denn hier hin? Geht's hier irgendwo hin? Uah, da will ich nicht rein. Uah, Alter. Nein, 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 nein. Scheiße, ich klemm am Spinnennetz. Ach du Kacke. Ach du Scheiße, das ist spannend. Ich will die Schienen mitnehmen. Jeder Menge Schienen. Scheiße, wir haben keinen Platz mehr für Schienen. Ich muss mich von irgendwas trennen. Ach komm mir, die Scheiß, den Scheißfaden hier. Das sind überall Spinnlager. Wo ich aber nicht hin möchte. Uah. Da habe ich schon wieder vergiftet. Die Scheißspinnen, die mir auf den Sack. Alter, geh nicht mehr auf den Sack. Alter, geh nicht mehr auf den Sack. Alter, geh nicht mehr auf den Sack. Ist ja unfassbar. So, ich nehme überall die Schienen mit. Je mehr, desto besser. Oh, hier ist ein Spinnenspawn. Wie können wir denn den Spinnenspawn zerstören? Ich verstehe das nicht. Ich dachte, man kann den irgendwie zerstören, den Spinnenspawn. Aber dem ist, glaube ich, nicht so. Ich mache einfach hier zu. Dann könnt ihr gar nicht mehr raus. So. Könnt mich mal. So. Uah, scheiße, die kommt schon wieder. So, verpiss dich. Scheiß Dreckspinne. Falsche Taste. Ich wollte mich ducken. Walu. Äh, okay. Puh, wir haben nur noch eine Spitzhacke. Das heißt, wir sollten echt mal schleunigst zusehen, dass wir hier auch mal rauskommen. Boah, Alter, ist das riesig. Aber ich will mir doch nur so gerne so viel umsehen. Aber so viele tolle Sachen finden wir jetzt auch nicht. Wir haben Patronen gefunden. Das war es dann aber auch. Also nicht sehen, wie ich sagen würde. Boah, wow, hey, alter Schwede. Cool. Ich weiß zwar nicht, warum ich die Schienen mitnehme. Ich würde mir gerne um mein Haus einen kleinen Zug bauen. Einen langersehnten Traum würde ich mir gerne erfüllen damit. Ich würde mir gerne eine Miniatureisenbahn bauen. Meine Güte, wo das... Alter, wie riesig das ist. Das ist... Ist, 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 wir, ihr, sie. Da sind noch mal ein paar Schienen. Nehmen wir natürlich mit. Wofür haben wir denn davon schon? 53 von 64. Was? Wo? 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 Was? Wo? Wer? Wo? Gibt es hier keine Lore, die mehr fährt? Es ist ganz schön dunkel hier. Und da ist eine scheiß Kackspinne. Ich muss weg hier. Ich muss weg hier. Ich muss weg hier. Ich muss weg hier. Na, nehm die Scheiß. Nimm es mit. Alter, alter, alter. Uah. Ich will da oben hin. Oder? Oder da gehe ich unten lang? Nehmen wir mit. 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 Scheiße, ich sehe nichts mehr. Licht an. Kamera Action. Alter. Ich verlaufe mich hier nur noch. Haben wir denn... Ach, wir sind schon wieder neu am Sammeln. Mit Schienen. Boah, wenn wir jetzt sterben, ich glaube... Ich beiß mir so in den Arsch, weil wir so viel gesammelt haben. So, trotzdem möchte ich aber, äh... Wo geht's hier lang? Geht's hier irgendwo hin? Hallo? Okay. Krass. Oh, Gottes Willen. Oh, Gottes Willen. Uah, da ist eine Lore. Sehr schön. Vielleicht hat die ja noch was Feines für uns. Was wir noch mitnehmen können. Da geht's auch noch weiter. Oh, Mann. Da ist nur Knusperbrot. Ich gehe hier lang. Ciao. Ciao. Eisenärzte, wie viel haben wir denn? 40. Da können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Wenn wir schon einmal hier sind. Ich bin total aufgeregt. Man merkt es mir überhaupt nicht an. Dabei ist es nur eine... Wow. Scheint noch eine größere Höhle in der Nähe zu sein. Und jetzt ist es definitiv akut. Ich werde den Ausgang nie wieder finden. Nie wieder. Ich versuche, mich nach oben zu schlängeln irgendwie. Dass ich vielleicht irgendwo... ...oben Ausgang finde. Oder beziehungsweise... ...irgendwo raufkomme. Scheiße. Da ist auch... Ah, da ist nochmal eine Lore. Nehme ich mit. Oder beziehungsweise die Kiste würde ich gerne mitnehmen. Auch wenn sie keine Spinnen sind. Eine Spitzhacke. Geil. Die nehmen wir mit. Dafür lasse ich sogar hier ein bisschen... ...Redstone hier. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht, wo ich langlaufen soll. Da ist nochmal Eisenerz. Das nehmen wir auch nochmal mit. Wo geht's denn hier lang? Boah, erstmal... Ich glaube, ich bin erstmal raus aus der Mine. Jetzt mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwo einen Ausgang finden. Dass wir den dann hier nutzen als neuen. Wir sind bestimmt auch Kilometer weit weg von unserer Zwischenüberhausung. Da wette ich mit. Und das... Wir werden... Mit Sicherheit werden wir... Mit Sicherheit werden wir... Kilometer weit weg sein. Das mache ich mal hier so als Eingang. Und jetzt würde ich gerne gucken. Hier kommen wir natürlich... Ja, hier ist... Ach du Scheiße. Um Gottes Willen. Die Mine ist ja Kilometergruhe. Boah, und wie tief wir sind. Das heißt, wir müssen uns nach oben graben. Also entweder graben wir uns nach oben oder wir suchen einen Ausgang. Aber ich glaube, das Sinnvollste wäre einfach nach oben zu graben, oder? Hm. Ich glaube, das entscheiden wir... Wir entscheiden uns da in einer weiteren Folge. Let's play Minecraft. Und ihr schaltet dann auch wieder fleißig ein. Ja, wenn wir... Vielleicht die Mine weiter erforschen oder erstmal einen Ausgang finden. Und dann seid ihr wieder mit dabei. Also, macht's gut. Ciao.